Nach all diesen ganzen YouTube-Shorts-Videos hier auf diesem Kanal im Hochformat, muss ich erstmal meine Kamera mal wieder normal einstellen im Querformat. So, perfekt, jetzt kann es losgehen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Lieblingsvideo. Das Samsung Galaxy S22 Ultra ist jetzt nach 10 Monaten immer noch mein Daily Driver. Einmal ganz kurz zusammengefasst, was mich in den 10 Monaten am meisten gefreut hat und vielleicht auch nicht so gefreut hat bei diesem Smartphone und warum es eben immer noch mein Daily Driver ist. Und am Ende klären wir auch nochmal ganz kurz, ob ich mir das S23 Ultra vielleicht holen werde. Das wird ja heute vorgestellt. Und was das S23 Ultra uns so zu bieten hat. Das Samsung Galaxy S22 Ultra hat ein elegantes und ansprechendes Design mit einem QHD Plus Bildschirm, der mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz ausgestattet ist. Das sind jetzt so die positiven Punkte, die mich am meisten befriedigt haben in den 10 Monaten sozusagen. Die maximale Helligkeit von über 1000 Nits ist wirklich beeindruckend. Die Aufbewahrung des S Pen wurde ebenfalls verbessert mit den Jahren. Und das Smartphone bleibt das Vielseitigste bei der Fotografie. Eigentlich ist das Samsung Galaxy unschlagbar in diesem Bereich, insbesondere bei Tagaufnahmen mit dem Hauptobjektiv. Auch das 10-fach Zoom-Objektiv ist sehr vielseitig. Und das war auch mit der Hauptgrund eigentlich. Oder das war der Hauptgrund, warum ich überhaupt mir das Samsung Galaxy S22 Ultra zugelegt hatte. Und auch die einheitliche Farbgebung aller vier Objektive ist lobenswert. Der Nachtmodus wird von Generation zu Generation besser und die Portraitfotos sind, kurz gesagt, einfach klasse. Die Videos sind mehr als brauchbar und mit der Selfie-Kamera können wir ja sogar 4K-Videos aufnehmen. Meine Abonnenten wissen es, das ist mir ja immer wichtig. Samsung hält sein Versprechen bezüglich Android-Updates und bietet uns vier Android-Updates und fünf Jahre Sicherheits-Updates. Und das wirklich verdammt schnell. Wenn ihr kein Google-Smartphone haben möchtet, also das Smartphone, was am schnellsten die Android-Updates bekommt, dann solltet ihr euch unbedingt ein Samsung-Smartphone holen, weil da bekommt ihr es fast genauso schnell, zumindest wenigstens als zweitschnellstes, die Updates. Ein großes Update habe ich hier schon bekommen, Android 13 mit dann übrigens Samsung One UI 5.0. Das war hier schneller drauf, als die Update-Polizei erlaubt. Leider hat das Samsung Galaxy S22 Ultra auch ein paar Nachteile, denn die Leistung des Exynos 2200 oder 2200 ist, ja, grottig ist ein bisschen übertrieben, aber ist enttäuschend, sagen wir es mal so. Und die Akkulaufzeit ist hier ebenfalls ein bisschen kurz, aber glücklicherweise habe ich ja die China-Version mit dem Snapdragon 8 Gen 1 hier verbaut. Ihr wisst es wahrscheinlich, wenn ihr meine Abonnenten seid, deswegen, ich rede jetzt hier auch hauptsächlich über die China-Variante, die ja haargenau gleich ist, Software so ein bisschen, ja, ein paar mehr chinesische Apps sozusagen. Aber ansonsten haargenau gleich bis auf, dass hier der bessere SoC verbaut ist. Deswegen habe ich hier nicht solche großen Beschwerden wie viele meiner Kollegen oder auch viele von euch Kunden da draußen, die eben das S22 Ultra mit dem Exynos-Chip haben. Mit dem Android 13 Update wurde es wohl ein bisschen besser, aber immer noch nicht so gut wie hier mit der Snapdragon-Variante. Wenn ihr die Snapdragon-Variante haben möchtet, dann guckt gerne unten in der Videobeschreibung, dort ist der Trading-Shen Zen Online-Shop verlinkt, dort habe ich mir das Gerät hier gekauft. Dank der Wärmebrückenbildung gab es hier in den letzten 10 Monaten keine Überhitzung, auch die Leistung des Geräts ist ziemlich stabil. Apropos Hardware, für alle, die jetzt nicht mehr genau im Kopf haben, was hier alles verbaut ist im S22 Ultra, ich werde das hier jetzt einfach gleich mal einblenden und durchlaufen lassen, während ich jetzt hier aber auch weitermache im Programm. Und das werde ich übrigens auch nachher beim S23 Ultra machen, da erfahrt ihr dann vielleicht auch noch das ein oder andere Bauteil, was ich vielleicht jetzt nicht großartig da erwähnen werde. Nochmal kurz zur Akkulaufzeit, die ist auch hier bei der Snapdragon-Variante nicht besonders krass gut, sie ist okay. Über den Tag kommt ihr, aber täglich müsst ihr das Gerät aufladen. Das ist aber auch eher selten, dass ihr, oder selten bis gar nicht, dass ihr ein Flaggschiff bekommt oder habt, welches irgendwie zwei, drei Tage hält vom Akku her. Von daher habe ich da ja nichts anderes erwartet. Das Schnellladen ist hier eher langsam mit maximal 45 Watt nur Kabel gebunden. Dann müsst ihr das Netzteil extra dazukaufen, weil es ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ich bin mal gespannt, wie es beim S23 Ultra sein wird, weiß ich gerade noch gar nicht, um ehrlich zu sein. Allgemein kostet das Ladegerät ein bisschen Geld. Ich glaube direkt bei Samsung habt ihr damals 50 Euro bezahlt, bin mir nicht sicher. Ihr könnt natürlich aber auch die Ladegeräte benutzen, die ihr zu Hause habt. Und apropos Preis, der Preis vom S22 Ultra oder jetzt auch vom S23 Ultra. Ist natürlich jetzt auch nicht gerade irgendwie aus der Portokasse zahlbar, für die meisten jedenfalls. Ist schon recht viel Geld mit, ja, schon über 1000 Euro. Die Robustheit dank IP68 Zertifizierung und Gorilla Glass Victus Plus werden von vielen Kunden im Grunde ja bewundert im Internet. Zumindest, was ich so gelesen habe. Aber ich habe jetzt nach zehn Monaten und wahrscheinlich auch schon vorher ganz schön viele Mikrokratzer auf dem Display bekommen, die mich jetzt in den letzten Tagen schon stark genervt haben. Ich weiß auch nicht, warum mir in den letzten Tagen jetzt besonders stark aufgefallen ist. Vielleicht sind die jetzt auch wirklich gerade erst entstanden. Aber sie stören mich halt und im Sommer, bin ich mir sicher, werden sie mich noch mehr stören, weil ich sie dann bestimmt noch mehr sehen werde, wenn ich draußen rumlaufe. Also am besten, macht eine Folie drauf, falls nicht schon eine drauf ist bei eurem Gerät und vertraut jetzt nicht dem Gorilla Glass Victus Plus. Hört sich so an, als wenn es jetzt irgendwie besonders stark wäre. Aber auch laut meiner Recherche hat es wohl auch bei den ganzen Teststürzen nicht besonders gut abgeschnitten. Insgesamt ist das Samsung Galaxy S22 Ultra jetzt auch nach zehn Monaten oder auch nach einem Jahr bestimmt immer noch ein sehr starkes Smartphone mit einem schicken Design einer überlegenden Kamera und auch einer guten Leistung. Es ist ein attraktives Angebot, vor allem jetzt nach fast einem Jahr, weil laut Ideale bekommt ihr das S22 Ultra mit der geringsten Ausführung schon für so um die 826 Euro jetzt. Aber dennoch gibt es ein paar Nachteile, die ihr eben, wie gesagt, berücksichtigen müsst. Und das S23 Ultra ist meiner Meinung nach oder scheint meiner Meinung nach nicht jetzt irgendwie so viel besser zu sein im Vergleich zum Vorgänger S22 Ultra. Meiner Meinung nach müsst ihr, sofern ihr die Snapdragon-Variante habt vom S22 Ultra, nicht unbedingt upgraden auf das neue S23 Ultra. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem machen. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher, ob ich so viel Geld ausgeben will. Zum Preis kommen wir gleich. Aber ich werde es eventuell trotzdem machen, einfach um das neueste Samsung-Gerät hier zu haben für solche YouTube-Videos wie dieses hier. Bevor ich jetzt aber gleich zum Preis vom S23 Ultra komme, alle S23 Modelle werden übrigens teurer, so um die 100 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe, will ich euch noch ganz kurz den Preis von der Snapdragon-Variante hier verraten. Ich habe nämlich die 12 GB RAM-Version mit 512 GB internen Speicher und die kostet bei Trading Shenzhen, könnt ihr auch immer noch importieren, wenn ihr möchtet, 1167 Euro. Und das nur mal so im Hinterkopf. Samsung stellt ja heute das S23 Ultra in ihrem Unpacked-Event vor, um 19 Uhr, wenn ich mich recht erinnere. Und die Preise sind natürlich jetzt noch nicht offiziell raus, das Ganze wurde aber schon geleakt und ich bin mir fast sicher, dass das Ganze auch so sein wird. Leider wurde ich übrigens nicht zum Event eingeladen, falls das hier jetzt irgendwie eine von Samsung sieht. So ein Samsung-Event wäre eins der wenigen Events von Herstellern, worauf ich jetzt noch so ein bisschen Bock hätte. Also von daher, ich würde mich freuen. Jetzt aber zu den wichtigen Preisen. Das Basismodell vom S23 Ultra wird höchstwahrscheinlich 1.399 Euro kosten. Hui, möglicherweise wird es aber auch natürlich wieder einen Rabatt für Vorbesteller geben. Wir können uns aber auf eine 200 Megapixel Hauptkamera freuen. Die anderen Kameras werden von der Megapixel-Zahl her jedenfalls nicht erhöht. Dann natürlich eine etwas bessere Performance mit dem neuesten Snapdragon 8 Generation 2, der auch angeblich noch von Samsung extra übertaktet wurde oder speziell übertaktet wurde und noch besser laufen soll als der Snapdragon 8 Generation 2 bei den anderen Smartphones. Und das Coole ist, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, alle S23 Geräte werden auf der gesamten Welt den Snapdragon 8 Gen 2 bekommen und nicht jetzt hier irgendeinen Exynos-Prozessor oder so. Was von den technischen Details her aber noch wichtig ist, dass auch beim S23 Ultra natürlich der niegelnagelneue RAM LPDDR5X verbaut sein wird und auch der neue interne Speicher, der schnellere interne Speicher UFS 4.0. Außerdem wird es Verbesserungen geben mit der neuen Benutzeroberfläche One UI 5.1, aber die älteren Geräte, also auch ich dann hoffentlich bald, werden wohl ganz schnell das neue Update bekommen. Ach, und wenn du gerne Videos in 8K aufnimmst, dann wirst du dich wahrscheinlich auch freuen, dass du mit dem neuen Samsung 8K 30fps Videos aufnehmen kannst, hier beim S22 Ultra leider Gottes nur 8K 24fps. Ganz ehrlich, ist mir relativ wurscht, ob 24 oder 30fps bei 8K. Ich nehme eh keine 8K-Videos auf. Und damit möchte ich das Video jetzt hier aber auch schon beenden. Schreibt gerne alle eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Holt ihr euch denn eigentlich eins von den neuen S23 Geräten? Schreibt das gerne auch in die Kommentare. Und jetzt bleibt mir nichts weiter übrig, außer zu hoffen, dass ihr dieses Video hier interessant fandet und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Dafür am besten abonnieren und Glocke aktivieren. Ich werde da sein. Ich werde mich freuen. Oder ich freue mich jetzt schon. Macht's gut.